Hey zusammen! Willkommen zu einer weiter Runde Minecraft Smash. Heute gegen den Zombie. Nein, 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 nein. Ey, warum kann ich... Alter, was war das denn? Du kannst doppelspringen. Du bist voll der Hacker. Geh mal weg hier. Ich kann das voll gut. Ich bin der Profi. Ich bin... Oh. Da ist er tot. Ich bin verbrannt. Tja. Das passiert, wenn man sich mit mir anlegt. Oh. War das deine? Ja, okay. Ich dachte schon, ey. Seid wann fliegenden Gegenstände? Das ist mein... Der wirft items, oder? Keine Ahnung. Achso, ja, der Villager. Ja. Boah, Alter. Ja, klar. Jetzt hat er alles, oder was? Oh. Aber weg mit deinem komischen Auge. Oh, guck mal. Oh, Smash auf den Boden. Mach mal. Nicht auf mich. Auf den Boden musst du machen. Was? Boah, bin ich weggeflogen. Hä? Hast du gesehen? Hä? 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 Was war das denn? Oh, Erdnbogen. Scheiße. Was findest du denn die ganze Zeit für Items, Mann? Ja, die liegen doch alle hier. Huh. Geh mal weg da. Hahaha. Wie geil. Wie weit bist du weggeflogen? Sehr weit? Äh, ja. Tot? Äh, ja. Geil. Fuck it. Boah, bist du weit geflogen, wenn du jetzt schon tot bist? Ich bin einfach einen Kilometer aus dem Meprogramm. Ja, warum bist du auch in dem drin geblieben? Keine Ahnung, der war so hübsch. Ups. Oh, da ist ein Po... Ich hab das auch jedes Mal mit einem Pokéball verwechselt. Oh, fuck. Ich bin... Lol. Ich bin tot. Wat für eine Noob-Runde, ey. Das war lustig. Hallo, kann jemand ein Item kommen? Danke. Hä? Wo bist du denn? Ich seh dich nicht. Da ist ein Blitzcreeper in der Mitte unten drin. Ja, ich weiß. Ach, unten in der Mitte. Hä? Ja. Ah. Mano, du tust mir weh. Ich verstehe das nicht. Ah, jetzt wurde es geplantet. Das verstehe ich manchmal nicht. Oh, ich bin blind. Ich bin blind. Hä? Ha, meine Singularitätsgranate. Ich lebe. Ha! Ah ja, ich lebe. Ich lebe. Hä? Der Creeper hat dich rausgesprengt, oder? Ne, ne. Ich war schon irgendwie voll draußen. Ja, eben. Aber schon vor dem Creeper irgendwie. Ganz komisch. Diese Druckplatte ist total unauffällig. Du solltest da raubtreten. Ja, glaub ich auch. Mal, komm doch mal! Nein, ich hab Angst. Noll. 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 Haha, er ist ohne gewonnen. Okay, wir sehen uns bei der zweiten. Uh, nein. So, Leute. Jetzt befinden wir uns auf der Map. Oh. Auf der Map. Stone. Nee, Tempel. Oh, Gott. Was machst du denn da? Oh. Spreng dich selber weg. Finde ich gut. Ich bin voll der Tee-Junkie. Oh. Wie bist du denn? Ich bin da in der Nähe geworfen. Oh. Ja. Hat wehgetan. Hab ich dich getroffen, lol. Mit zwei Schaden. Zwei Prozent Schaden. Boah, das ist ja kritisch. Hallo, Gasti. Boah, der hat dich fast getroffen. Oh, nur fast. Ha. Ja. Geh mal weg, du hier. Geh du weg. Ja, mit deinem komischen Auge da. Ja, ich hab ein Auge. Haha, sogar zwei. Hör mal auf, dein Drei jetzt eigentlich. Du weißt, du in der Hand hältst. Ich weiß. Geh mal weg. Fuck. Nein. Oh, das Auge bringt mir da gar nichts mehr. Wenn man so komisch seitlich runterfällt. Seitlich so nah an der Dingens-Map halt. Das find ich nicht toll. Keine Items. Oh. Wer soll denn da eigentlich auf deine Druckplatte fallen, sag mal? Also, ich komm nicht drauf. Ich bin auch grad komplett runtergefallen. Oh ja. Ich bin Druck. Nein, da war ein Schneeball. Nee, meiner. Oh. Nur ein Endeauge. Alter, da hat der eine Angel. Ich verarschen. Weißt du, wie weit man damit fliegt? Ich weiß gar nicht. Doch. Ich hab' gerade getroffen. Richtig extrem, wenn du das kannst. Musst du lernen. Learn to play. Ach, learn to play es auch einmal. Ja. Boah. Hui, da fliegt er, ja. Oh ja, ich hab's gesehen. Du bist ja einen Kilometer geflogen. Ja, pass mal auf, wenn ich mir die gleich hole. Ich weiß, wo eine ist. Hilfe, nein. Jetzt hat er ein Schwert. Ja, und du hast ein Auge immer noch. Ja, behalte ich auch. Jetzt hat er die Angel genommen. Wow. Ha. Ha, ja. Boah. Ha, ha, ha. Wow. Geh runter, du. Nee, ich will leben. Ich hab gar mal 20. Ich bin, ich bin gar mal 20 Jahre alt. Eigentlich 21, aber. Klettert er hier um mich rum? Oh, was ist das denn für ein hübsches Ei? Oh nein, es schreit ja. Oh, das ist aggressiv. Hilfe. Jetzt haben wir so einen scheiß Bastard. Ha, ich komm. Du bist gestorben? Woran das denn? Bin ich? Ja, du hast 0 Prozent. Ach, du hast. Du hast was gegessen? Ja. Hast du eine Suppe gekriegt, du Arschloch? Ja. Ja, lol. Von dem Flamen. Ja, warum ist denn eine Suppe? Kannst du jetzt mal aufhören, immer wegzurennen? Oh, ist ja ätzend, ey. Was hast du da geworfen? Oh, eine Druckplatte. Was ich da reinlaufen würde? Oh, das ist noch eine Suppe. Lecker. Mach mal eine ganze Arbeit zunichte. Boah, was fliege ich denn schon wieder so weit? Lol. Geht bloß weg. Hä? Alter. Nein. Ja. Ach, Gott sei Dank. Was hat... Bin ich ja gerade in der... Okay. Los, weg von mir. Höfe. Oh, da liegt noch eine Suppe. Lecker. Ja, und eine Singularitätsbombe, in die er erstmal reinläuft. Lol. Bitte. Ich bin rausgehüpft. Was? Wie das denn? Ich habe einfach Hüpfen gedrückt. Ach. Oh, ne... Ne... Suppe. Wie die auf die hier rumliegt. Ja. All die Suppenrunde. Hi. Hi. Kannst du mal... Hä? Wie weit ist das denn geflogen? Hast du schon wieder eine Suppe? Ne. Eine. Du hattest wieder eine, oder? Ne, ich hatte ein Fleischstück. Achso. Oh, Pokéball. Pokémon. Warum hast du... Du hast doch auch schon... Ey, warst du ja 12% als wenn die Runde gerade gestartet hätte? Das ist doch eklig, ey. Ey, ich glaube eine dritte Runde wird es nicht mehr geben, wenn du so weiter machst. Komm, du rennst doch die ganze Zeit nur noch weg. Hallo, willst du nie lange im Video sein, oder so? Ja, hallo. Scheiße. Ja. Leute, nein. Ne. Geh runter hier. Nö. Nein. Ach, shit. Ah, war das knapp. Scheiße. Nö, sag mal, nö. Bitte nicht. Ja, geil. Wow, ein Fleisch bringt mir richtig viel. Da ist er weggerannt. Ja, bin ich. So, und jetzt bist du tot. Jetzt habe ich endlich mal eine Angel. Oh, no. Mir zeigt jetzt mal, wie das geht. Hä, warum geht das hier nicht? Ah, geht doch. Hö, ich habe schon keine mehr, was? Oh, 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 oh. Ich wäre fast drauf gelaufen. Irgendwann hörst du noch drauf reden. Scheiße. Da haut er alle daneben. Hilfe. Ha. Mann, geh doch weg mit der Blume. Ja. Tot. Tot. Haha, scheiße. Okay, wir sehen uns dann bei der dritten Runde. Das ist jetzt leider unentschieden. Gut, wir befinden uns jetzt auf der Map Fortress, die ich selber, glaube ich, noch keinmal gespielt habe. Einmal? Keinmal? Keine Ahnung. Geh weg. Ah. Zombie kennt die auch noch gar nicht, glaube ich. Oder? Warst du hier schon drauf? Nö. Und hör auf, jetzt immer wegzurennen wie so eine Pussy. Aber, was ist die beste Taktik? Ich habe gewonnen, ja? Ja. Normal, wenn du wegrennst. Ja, solltest du auch mal mehr machen. Okay, ich renne jetzt nur noch weg von dir. Den ganzen Tag. Wo bist du denn? Oh, da ist er. Ah, haben wir beide einen Schlagstuhl. Goldschwerterkrieg. Oh Mann, es ist kaputt. Ich bin weg. Hey, hör auf wegzurennen. Nö. Ich brauche doch eine goldene Suppe. Du rennst nur weg. Weg. Alter. Mich erstmal fast töte. Hier kommt das Spiel der Frau. Und, was kam raus? Äh, keine Ahnung, ich bin weggerannt. Oh, ein Schaf. Ein kleines. Ein kleines Baby-Schäfchen. Komm runter. Lass mal runtergehen. Da war ich schon noch nie. Runter? Ja, runter. Ach, da bist du okay. Hier, komm runter. Oh, ich töte mich erstmal selber fast. War schon wieder voll riskant. Komm. Wow, voll ins Gesicht rein, ey. Oh. Oh. Tabo Speed. Oh, ja. Wenn man zweimal der Tasse drückt, wird man direkt nach unten gezogen, ne? Ja, aber ich spame das immer. Deswegen vielleicht. Oh. Ach, lol. Pass mal auf, nee. Der Boden. Lol. Bleib mal weg hier. Genau. Hä, wie hoch konntest du denn bitte hüpfen? Äh, Jetpack. Achso. Scheiße. Boah. Boah. Geil. Ich hab's überlebt. Das war gut. Oh, ich hab 88. Ich hab P. Oh. Jetzt 7. 78. Hi. Boah. Alter. Das war knapp. Mann. Ja, ich bin da. Hast du mich nicht getötet? Ah, nice. Nein. Woo. Chimona. 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 So auf, da rumzufliegen. Woo. Ja. Ich schläft immer noch ohne Enderperle. Was ist los? Was ist denn da? Ich war runtergefallen. Deadpack hat mich gerettet. Boah, Alter. Komm jetzt runter da. Hä? Ich bin doch gar nicht mehr in dem Turm. Okay. Jetzt bin ich wieder im Turm. Hab geswitcht. Ich hab mein Item weggeworfen. Krass, oder? Ich hätte gerne mal ein neues Item. Ja, komm doch her. Wo bist du? Ich such grad noch ein Item. Okay, dann töte ich dich jetzt. Jetzt töte ich dich. Was wird da schon getötet? Na, egal. Noch mal. Nee, das tut weh. Hä? Töten tut doch nicht weh. Das ist eine ganz komische Wertvorstellung. Auch wenn er gar nichts mit Wertvorstellung zu tun hat. Hä? Das Wort, das Wort einfach mal sagen. Wo muss ich da hingehen? Ach. Ah. Hier ist der crappy Snowball. Hahaha. Echt? Boah, Alter. Fick doch nicht mein Leben. Ich find's so geil, wie du einfach die Wände einsmashst. Du meinst wohl du? Hä? Ja, ich hab ja wirklich mal über 50%. Nee, aber du schlägst mich ja. Also machst du das. Ja, ja, aber dein Körper. Ja, mein Körper. Der ist so krass. Alter. Woo. Shit. Ich bin runtergefallen. Ganz? Nee, nee. Natürlich nicht. Ach. Was denkst du denn von mir, wie ich erst mal 136 AP hab? Äh, Prozente. Lol. Lol. Bist du tot? Nee. Nein. Ich dachte schon. Aber so eine Singularitätsbombe wird mich jetzt so wegknallen, ne? Oh, Hilfe. Hä? Wo bist du? Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Ich bin recht weit oben. Bin nicht sogar ganz oben. Ach da. Hallo. Nein. Nein. Boah. Siehst du mich? Spiderschwein. Spiderschwein. Boah, geil. Nein. Nein, 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 nein. Alter, fliege ich weg. Hilfe. Hilfe, Mama. Boah. Der schlägt mich. Hilfe. Hä? 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 Oh, Hilfe, Mama. Ja, spring nach unten, spring in den Tod, ey. Ich hab halt noch weiter runter, dass ich dir gar nicht mehr folgen kann. Ja. Gibt's hier mal irgendwas? Ja. Da ist was. Das war nix was Tolles. Nein. Nein, 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 nein. Hä? Alter. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nimm mein Schwert. Nimm mein Schwert noch. Shit. Das bohrte wieder einen Meter neben mir. Klar. Alter, da hat der ein Schwert. Geh weg. Oh, fuck, das wird mir so viele Prozente geben. Dieses scheiß Schwert. Boah. Alter. Boah, bist du weit geflogen. Tschüss. Oh. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Ja. Die einzigen Items, die ich auf der Map finde, sind Druckplatten. Ja. Die springen da schon immer vor einer weg. Ich hab voll Angst. Wo bist denn du? Oh, da liegt was. Nein, nein. Oh, ich fall runter. Ach komm, so kannst du jetzt nicht sterben. Ich bin ganz oben. Komm nach oben. Du bist ganz oben. Ja. Ne, ich bin jetzt ganz oben. Du bist nicht ganz, ganz oben. Hä? Ja, komm mal ein bisschen weiter. Ah, ich seh dich. Hallo. Attacke. Wie geil. Dreck getroffen. Da rennt er weg, der Feigling. Bleib da. Du bist mit dir im Leben. Boah, Spitz, ja. Ich bin Sonic. Gotta go fast. Nee, ah, geil. Ein Item. Oh, jo, lecker. Nee, nix leckeren. Hast du eine Suppe? Jo, lecker. Wie viel Prozent hattest du denn? 34. Oh. Ma, Zombie. Was denn du führst? Ich muss vorsichtig sein. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein, nein, lol. Lol, lol, lol. Boah, Alter, das musst du dir eine Aufnahme angucken. Boah, war das krass. Alter. Das glaubst du mir nicht. Ich hab so ganz komisch rumgepackt. Immer wieder, weil ich das gespammt hab. Boah. Wie bitter. Nein. Oh, krass. Jump, let's play Runs. Ja. Und hier ist die Druckplatte. Ja gut, das war's mit Minecraft Smash. In der nächsten Runde dann wahrscheinlich mit noch jemanden, vielleicht. Wir sehen uns dann später. Tschüss. ARGH!